Können wir das nicht in die Base woanders hin verlegen? Hä, wo ist denn der Bett hin? Falsche, das ist das vom Rot. Das ist vom Rot. Das ist der Falsche. Das ist Blau. Hä, haben die schon kein Bett mehr? Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Hallihallöche, meine Bros und Pro-Dienst da draußen. Und willkommen zu einer Runde Bad Wars. Heute zu dritt sogar. Meine Fresse, auf der Map Halloween spielen wir. Und der Ruffy ist dabei und der Anal-Red ist dabei. Das ist Halloween. Das ist Halloween, bitches. Vielleicht bringen wir die Folge auch Halloween. Das wäre eigentlich ganz cool. Ja, können wir machen. Halloween-Special. Yeah. Was eigentlich nicht wirklich special? Eigentlich wollte ich mir fürs Halloween doch dieses Full-Special. Eigentlich auch mein Skin ändern. Ah, das hat man vorher ausmachen müssen. Einfach mit dem Skin-Dings einfach mal ein bisschen blutiger malen oder so. Ja, Ausrüstung bringt es halt wirklich. Ich hole mir auch Blöcke. Ein paar. Ja, ich hole mir jetzt gerade mal so ein Zäpfchen und eine Schlitzsacke. Ich bin schon drüben, ich bin schon drüben, ich bin schon drüben. Oh mein Gott, da geht wieder Arschparade. Da geht wieder Arschparade ab. Was ist denn hier los, Mann? Lauf, Ruffy! Ich prügele die tot. Los, helft mir doch immer jemand. Wir hätten uns eine Spitzhacke sollen sollen. Ich habe eine Spitzhacke gehabt. Ich habe mich aus dem Tod geprügelt. Ich eile gleich wieder rüber. Er kommt, er kommt zu uns, er kommt zu uns. Hä? Eile die denn auf? Er kommt zu uns. Nein, er baut unseren Weg ab, Mann. Wir brauchen Steine. Los, schnell, schnell, schnell. Ich baue gerade unser Ding erst mal zu. Das ist ja schön. Die Idee kommt ja keiner. Nö, das ist ja unnötig. Ich habe ein Gold. Haltet ihr die mal auf, sag mal, wenn einer rüberkommt, weil dann baue ich jetzt komplett dazu. Mach ruhig, mach ruhig. Dann nehmen wir den geilsten Staffdreck. Boah, wie teuer sind Bögen hier. Wieso? So teuer wie immer. Ich habe kein... Oh mein Gott, ich brauche Futter. Kommt da wer? Nein, ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Ich bin gerade in der Mitte und versuche hier ein bisschen, klar, Schiff zu machen, aber es geht nicht. Ich komme rüber. Ich habe jetzt auch eine gute Eisenschlitzsacke. Ja, dann komm, los, 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 schnell, schnell, schnell. Bevor hier noch irgendwelche Freaks kommen. So, okay, ein paar Wege abgebaut. Ich habe ein paar Wege abgebaut. Also erstmal die Wege abbauen, alle Richtungen. Gut, 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 gut. Da komm schon da welche, pass auf. Zubauen, 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 alle Richtungen. Toll, die Bahn ist doch schneller ab, als wir gucken können. Okay, ich habe ein bisschen Gold, aber nur zwei. Ich bräuchte ein bisschen mehr. Ja, drei brauchen wir ja schon für... Ja, vier für den Bogen und Feier, oder? Ich save gerade unser Bett ja mit allem, was ich habe. Ja, cool, 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 cool. Sorry, wenn das gerade ein bisschen unproduktive Arbeit ist, aber... Nein, das ist cool. Nee, das ist voll wichtig an Arbeit. Muss ja auf jeden Fall auch gemacht werden. So, es kommt erscheint gerade keiner. Fünf. Gut, ich brauche auch eins noch. Ich save das mal kurz. Oh Gott, bin ich noch ganz runter? Hättest du meins mitgenommen, schnell. Ruffy, meine Präzise... Nein, 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 jetzt bin ich runtergefallen. Fuck, Mann. Fuck. Wir haben immer noch keinen... Hat jemand was für ein Schwert oder so? Nein, ich hatte eben gerade selber, aber... Ach, fuck. Ich habe zwei Pfeile schon mal. Ja, gut, das ist ja schon mal anfangen. Oh, da kommt wer, da kommt wer, da kommt wer. Schieß, Ruffy. Kann ich auf Cache? You shall not pass. Ist er tot, ja? Okay, falls ich dich jetzt... Du kannst mich nicht treffen. Du kannst uns keinen Schaden machen. Ruffy, willst du mir den Bogen geben oder so? Ich würde dich jetzt erstmal hier verteidigen. Die Bögen bleiben stecken, ne? Ich habe noch einen Pfeil. Kann man eine Kiste kaufen? Äh, ich brauche es mal Eisen. Wo ist denn? Ah, hier oben ist Silber. Aua, fuck. Oh, ich habe Silber. Ich brauche mal eben schnell eine Kiste. Fuck, fuck, fuck. Ich dachte, ich kann den ein bisschen wegspammen, aber das geht nicht. Oh, die kommen. Ich glaube, die kommen. Ruffy, entweder du gibst mir einen Bogen oder... Ich habe einen Bogen. Dann ist... Gut, genau. Gib ihm. Gib ihm aber hart. Kannst du Verteidigungslinie aufbauen? Ja, ja, ich baue. Bin unterwegs. Fuck, fuck, fucker. Hältst du es noch durch? Oh, ich dachte, das war unseres. War das unseres? Team Rot, Team Rot, Team Rot. Was sind wir eigentlich für ein Team? Irgendeins. Grün. Grün, wir haben uns echt auf Grün geeinigt. War schon gut. Jetzt hat er mich gehabt. Jetzt hat er mich. Pass auf, dass er nicht rüberkommt. Team Rot ist jetzt bestimmt ziemlich aggro. Soll ich abbauen? Soll ich abbauen? Den Weg... Ja, bau den Weg erstmal ab. Warte, wo ist... Ich habe eine Kiste. Ich habe zwei Kisten. Ich habe zwei Kisten. Oh, da drüben kann ich nicht mehr abbauen. Zack, zack, zack. Das ist cool, das ist gut, das ist gut. Lass so. Die Hälfte davon kam weg. Hier, ich habe... Ich habe hier so ein paar Sachen. Was denn? Was sind für Sachen? Hast du einen Bogen noch? Haben wir noch einen zweiten Bogen? Nee, 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 nee. Pass mal auf, ich versuche jetzt mal Kamikaze zu machen, kurz. Äh, da ist der Weg nicht da, ne? Ich weiß. Bau den, bau den, bau den Treppe. Ah, da oben ist genug Eisen. Was kann man mit dem Eisen machen? Äh, Kisten habe ich jetzt erstmal gekauft. Und also ein Kram, äh, ein bisschen der Schwerdrüstung. Schwertrüstung kannst du dir holen, alles. Ich brauche mehr Blöcke. Ja, kannst du, kannst du mal Rüstung, kannst du Rüstung für uns alle kaufen? Ja. Das wäre epic. Ich schwemme gerade. Ich kaufe mal ein paar Schwerter, falls sie zu uns kommen. Ja, das wäre auch gut. Ich, ich boospamme gerade so ein bisschen. Oder alle rote ver... Ruffy, ich habe dir ein Schwerd hinter dich hingelaufen, das müsstest du automatisch einsetzen. Wie viel Gold brauchen wir noch für den zweiten Bogen? Äh, warte, ich gucke kurz. Schneller, denk. Drei für den Kleinen. Wenn du was Größeres haben willst, brauchst du ein bisschen mehr. Oh, okay. Ja. Wow. Das sind nicht unsere... Wow, 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 wow. Okay. Hast du einen Bogen? Ich habe mehr Gold für einen Bogen noch. Haben wir genug Pfeile dafür? Äh, ja, Ruffy hat noch einen hier. Soll ich den Bogen nehmen? Ja, hier. Dankeschön, sehr schön. Ich versuche noch mehr Gold zu holen. Hast du Nikos erstmal den Bogen gegeben? Ja, aber ich brauche den Pfeil. Au, fuck. Nein, nein, nein. Da hat er mich. Ruffy, der Pfeil. Puh, man. Der ist in der Kiste. Fuck, fuck, fuck. Achso. Ruffy, der Pfeil. Warum hast du denn nicht gekommen? Wir müssen weitere Verteidigungen... Also größere Verteidigungsband bauen und so. Wie jeden. Ja, ich habe die Base... Ich habe unser Bett halt ein bisschen eingebaut, aber ich baue es jetzt noch viel. Nein. Ach, fuck, fuck, fuck. Ja, baue es jetzt im Silberzeug ein. Ja, bin dabei. Das sind so richtige Nasen. Hat irgendjemand noch Eisen? Ich nehme, ich brauche jetzt unser ganzes Eisen für Eisenblöcke, ja? Für Eisenblöcke? Ja, nimm erstmal, nimm erstmal, nimm erstmal. Hast du Rüstung für alle besorgt schon? Hä? Noch nicht. Hast du Rüstung schon für alle? Toll. Jetzt muss ich mich hier nutzen. Ich habe eben selber Rüstung. Ich finde es die einfacher. Nein, jetzt hat er mich... Ach, so ein Asi. Ruffy, desst du, desst du? Ja, mit der einfachen Rüstung halt. Wie er selbst geht, ne? Keine Teams in Loops. Was ist los? Was will er? Weiß er wahrscheinlich selber nicht. Hier hat er ein paar Spitzhacken. Boah. Also ich habe jetzt nochmal dick eine Eisenschicht reingebaut. Die werden sie nicht kommen sehen. Oh, kommen sehen. Okay, wir brauchen gleich halt den... Nico, wir brauchen weitere... Wir müssen unsere Basis jetzt immer höher setzen. Ja, ich bin dabei. So eine Treppe. Ich bin der Architekt. Aber das passt doch von dem Sonneneinscheinungswinkel nicht. Können wir das nicht in die Base woanders hin verlegen? Hä, wo ist denn der Bett hin? Falsche, das ist das von Rot. Das ist die Rot. Oder Blau. Das ist Blau. Hä, haben die schon kein Bett mehr? Ach, scheiße, scheiße. Das ist ja scheiße. Wir haben nur noch Rot als Gegner. Und sie haben nur noch rote Leute. You shall not good. Aber ich habe ihn doch gerade noch getötet, hier einen blauen. Ja, der war anscheinend noch am Leben. Nee, das war ein roter. Oh, fuck. Ich habe mir was zu essen besorgt. Ach, shit, man. Ich dachte, ich kann mir irgendwas reißen jetzt. Aber war nix. Raffi, wenn du irgendwie noch Eisen hast, ne? Nee, ich habe keins mehr. Schon mal Rüstungen für uns. Ich habe jetzt nur die billiger, ne? Rot ist nicht gegenüber, oder was? Nee. Ach, gelb müssten wir doch machen. Gelb hat noch ein Bett, Mann. Ach, gelb. Oh, ich dachte, ach, so stimmt. Also gegenüber. Okay. Ja, genau gegenüber. Ich habe mal, ich habe eine Idee, was ich mache. Aber da brauche ich ganz viele Blöcke für. Raffi, wie sieht es aus? Schaust du mal? Verteidigt ihr hier? Ja, wir verteidigen. Es wäre gut, wenn Nico gleich mal... Achso, hast du schon ein gutes Schwert? Ist das ein gutes? Ja. Okay, das ist sehr gut. Passt mal auf, dass da keiner rüberkommt. Ich habe halt hier kaum wirklich Meta, die ich machen kann. Ich versuche einfach mal, was zu machen jetzt. Wer ist da gerade rübergerannt? Ach, das Verband. Ja, da müssen wir ja... Nico, kannst du mal den... Wie soll ich diese Holzspitzhacken? Nicht doch gar... Alter, so kippt das voll. Alter, ich will nicht so viele Holzspitzhacken hier haben. Warum nur nicht? Nico hat einfach tausend Sachen gekauft. Ja, das ist gut so. Du brauchst nur noch an die Kiste. Alter. Ich habe da auch richtig viele Holzspitzhacken hingelegt irgendwo. Stehen der auch da drüben? Die Missgeburt. Die Missgeburt, halt. Nein, ich habe dieses Wort gerade nicht im Let's Play benutzt. Nein, 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 natürlich nicht. Fuck. Ja, ich bin runtergesegelt. Ach, Bogen sind scheiße. Okay, das klappt so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht eine andere Technik. Ich weiß dann, wie ich ihn treffen könnte. Ich weiß auch nicht, aber ich... Da drüben, da drüben. Ich habe schon wieder den drin getroffen. Der drin ist... Die sind beide, glaube ich, drin. Und jetzt einfach drüber sprintest. Ja, einer ist rechts gewesen. Sprint hier durch, Sprint hier durch. Jawohl, ich habe einen runtergeschossen. Ja, das war bei... Bei dir taucht jetzt einer auf. Bei mir? Ja, bei deren Bett. Ach, fuck, 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 okay. Ich probiere das nochmal. Gleiche Taktik, nur diesmal mit Spitzhacke. Nehmen wir ruhig die beste, die mit Silber zu kaufen ist. Ne, ich habe keinen Silber, erst grad. Das sind in der Kiste sind welche. Echt? Ja. Nein, das sind nur Holzspitzhacken, Mann. Nein, aber da ist Silber drin. Achso. Ja, da ist Silber drin. Probierst du das nochmal so, ohne den Mist zu verschwenden? Ja, dann verschwende ich den Mist für noch mehr Eisenblöcke. Am Ende werdet ihr mir danken. Naja, klar, wie mit einer Enderperle. Werden wir es dir danken. Sei ruhig, die war gut. Enderperlen komplett. Oh mein Gott, das ist so awesome. Die sind wieder beide drin, einer nur bei denen. Ja, ne, es sind zwei, einer mit Bogen auch. Ich boospamme gerade einfach nur. Naja, passt schon. Ich glaube, der versucht mir zu verarschen so ein bisschen. Was macht denn der da jetzt? Weisen in der Mitte. Kann ich den vielleicht einfach runterschlagen, den Typen? Oh, oh, nein. Au, au, au. Arschloch. Ich bin schlechter geworden mit dem Bogen, ey. Ewig nicht gespielt. Mh, mh, mh. Von wem? Das wird es gewesen sein. Wahrscheinlich. Aber die bauen ihr Bett jetzt weiter zu. Die bauen ihr Bett noch mehr zu. Die bauen ihr Bett noch mehr zu. Die bauen ihr Bett noch mehr zu. Ich renne dich halt noch mal rüber. Aber dafür nehme ich keine Klamotten mehr mit. Der will immer auf die anderen Seite rennen, als der ich bin. Okay, machst du mal einmal den Verteidiger? Da kommt einer über die Mitte. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da oben ist einer. Ich verstecke mich gerade bei gelb unten. Ach nein, er hat mich gesehen. Fuck, Arschloch. Ach, leck mich doch. Oh, liebe Leih. Ich habe keinen Bogen. Aber wie hast du denn den Bogen hier gelassen, nirgends? Ja, ich kann... Hier, ich gebe ihn dir raus. Hier, in die Käste packe ich ihn jetzt. Ist okay, lass ihn da drin. Ich will noch einmal waschen. Oh, ich würde... Oh, oh, ich glaube... Versuch das. Versuch das. Ja, er kommt, er kommt. Oh mein Gott, das sind... Alter, sind das viele Schafe. Block sie alle. Sehr schön. Na komm schon, ich treffe ihn doch wohl. Ja, getötet. Sehr gut. Alter, hast du gerade uns gerettet. Der hat so viele Schafe darüber geschickt. Ich weiß, ich habe es gesehen. War sehr, sehr schön. Ja, ich weiß. So bin ich mit euch. Sehr, sehr schön. Okay? Ja, ja. Okay, ich lasse Bogen und das Ding ist ja nach. Ja, ist cool, ist cool, ist cool. Okay. Gibt es die Enderperlen? Ja, natürlich. Wir haben auch gar nicht genug Gold für Enderperlen, Mann. Ich wasche zu Geld. Du auch eine dicke Spitzhacke. Schleih, 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 schleih. Kommen die? Hey, wo ist das Bett? Wo ist das? Fuck. Die haben mich. Ganz hinten drin. Alter. Gibt es bei uns, Mann? Alter, ist er. Gibt es bei uns? Nein, die haben fetten Eisenschwert. Nein, ich bin jetzt mit Bogen gestorben. Oh mein Gott. Nein, warum hast du... Warum? Er rennt. Aber er kann nicht fliehen. Schieße ihn ab. Alter, wie der fliehen kann. Ach, Missgeburt, ey. Alter, hat der... Oh, unmittelbar erwischt hat er mich. Der hat den Bogen. Pass auf, pass auf, pass auf. Der hat Bogen. Oh, der spielt gut, aber der hittet euch auch jedes Mal, ne? Ich brauche so'n scheiß... Ich brauche mal irgendein Bergzeug, irgendein Schwert oder so. Komm, du kriegst den los. Ich will jetzt Gold in der Mitte nochmal holen. Wir kosten Eisenschwert. Was kosten Eisenschwert? Zu viel. Oh, Alter, wie der mich hittet, Alter. Wie kann der denn so oft schießen? Das geht gar nicht. Ja, Bow Spamming halt. Ja, Bow Spamming. Und da kann man nicht so treffen, so genau einfach. Es gibt Leute, die können das, aber 90% hier sind halt Hacker. Das ist Tatsache. Scheiß-Server. Ja. Oh, da war so noch einer drin. Okay. Ich hab keinen Optifine, verdammt. Kann ich hier ranzoomen? Das ist natürlich sehr schade für dich. Na, komm. Will ja, ja. Na, 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 na. Hauptsache, so ein mega gerushtes Ding. Und jetzt steht es einfach Equal. Ja, das ist ein bisschen traurig grad. Ruffy, rennst du grad rüber? Ich muss grad Gold holen. Boah, da ist ja ein Abgrund, Alter. Ich bin grad auch ein bisschen weiter drüben. Okay. Aber ich bin nicht ganz drüben. Ich will mir den mit dem Bogen holen. Nein. Komm, wie krieg ich den jetzt? Nein, jetzt kommt der rüber gerusht einfach. Ich hab einen. Oh mein Gott, tausend Schafe bei mir. Ich seh's. Ich seh nur, wie alles blinkt. Nein, jetzt hat der auch noch so ein fettes Schwert. Alter, was ist denn da los? Wie kann der so ein fettes Schwert haben? Woher? Oh, da will einer durch. Da will einer durch. Hilfe. Oh, nice. Alter, scheiße. Ich hatte Gold. Mach den kaputt da oben. Mach den kaputt. Ja, du bist lustig. Da kommt einer über die Mitte. Ich seh's. Der hat eine Enderperle. Nein, der hat eine Enderperle. Nein, 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 nein. Uncool. Der ist beim Bett. Der ist beim Bett. Oh, oben. Nein, der hat mich. Ach. Und ich bin runtergefallen einfach. Das Bett ist weg. 100%. Nein. Wo ist er denn? Ich finde ihn nicht. Er wurde getötet. Er wurde getötet. Ach so, okay, okay. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Gut. Ich bin runtergefahren. Der Blower hat's gemacht. Ich hab ihn aber auch schon zugesetzt, dem Typen. Alter, das war richtig asigrad. Das darf nicht mal passieren. Wir können halt nichts machen. Wir konnten eine Schutzwand gegen die Enderperlen aufstellen. Soll ich eine hohe Wand ziehen? Könnt ja. Ich bin ja auch daran dabei. Jemand muss aber deffen. Wir bräuchten mal aus... Schwerter. Wir haben keine Schwerter und die kommen. Ja, da kommt einer. Ich brauche ein Schwert. Ich brauche ein Schwert. Ich brauche ein Schwert. Hol, hol, hol. Sag mal, wenn jemand kommt. Kommt, keiner. Die wollen mich hier runter schießen. Na klar. Kleine Äffchen, die. Die haben natürlich auch genug Gold. Kommt einer, kommt einer. Boah, hab mich da sofort instant getötet. Hilf mir. Ich bin dabei. Fuck, man. Den krieg man so nicht. Okay. Haben wir Schwerter dazwischen? Haben wir Eisen? Jeder für jeden eins. Aber haben wir Eisen? Du hast zwei. Ja, ja, ganz ruhig. Haben wir Eisen noch irgendwo her? Ja, oben auf dem Berg. Ja, linke Seite. Achso, okay. Die haben halt gerade aus Sozis. Die haben sich so durchgebaut. Aber durch mein Eisen sind sie nicht durchgekommen. Haha. Der ist nicht weit gekommen mit seiner Scheiß-Spitzhacke. Er geht gerade da rüber und holt irgendwas, glaube ich. Ich würde sagen, der gute alte Stein. Nein, aber das Eisen hat's gerettet. Der gute alte Stein. Der gute alte Stein. Genau der. Wir müssten mal den Zugang irgendwie abtrennen. Wir schaffen sie eh nicht rüber. Wir müssten eigentlich mal in die Mitte kommen. Zwei von uns und die Mitte der, weißt er? Ja, das ist ja nicht schlecht. Aber da ist der wieder mit Bogen jetzt unterwegs. Pass nur auf. Die sammeln Gold. Die sammeln Gold für Enderperlen. Hundertprozentig. Ja. Die kommen nie durch unsere Eisenwände durch. Kommt einer. Es kommt einer. Nein. Du nicht. Du nicht. Alter, einen habe ich. Nee, zu raggen. Erstmal. Ich nehme mir halt immer das. Haben wir noch irgendwo Eisen? Verdammt. Hat er einer dran genommen? Wir hatten einer dran genommen. Was? In der Mitte. Boah, hat der einen Damage. Der hat mich instant down gehauen. Und da kommen sie. Oh mein, ich will die schon wieder. Was hab ich denn hier? Nee, nee, sie kommen nicht. Sie kommen nicht. Wir müssten mal den Zugang. Doch, da kommt einer unten. Unten, unten lang. Unten lang. Unten lang? Wie unten lang? Ich glaube, der gräbt sich unten lang. Grab alles weg. Grab alles weg. Nimm den Spitzhack und grab alles weg. Oh oh, ich höre doch hier Damage. Oh oh, wreck da, wreck da. Kay, Kay nicht. Den kannst du nicht. Liegen. Der hat den scheiß Trank. Haut alles weg. Hau die Eingänge weg. Der kommt von oben. Der kommt von oben. Der kommt von oben. Oh ja, so mag ich's. Oh scheiße, schießt mir den Bogen. Ich krieg ihn einfach nicht, ne? Ich krieg ihn einfach nicht. Den kleinen Stricher. Jetzt kommt nur ein blödes Schaf noch. Es ist unten. Hab ihn, hab ihn. Okay, 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 okay. Ich krieg von den Explosionsschau. Wow, wow, wow. Da gräbt sich gerade einer durch. Nein, wo? Nein, ich bin gestorben. Damn you. Ah, ich auch. Wo ist der denn? Die sind schon durch, glaube ich. Nein, sind sie nicht. Oh nein, ich verschwinde runter. Meine Frosse. Gibt sich keine... Unsere ganzen Sachen explodiert. Ne. Geht doch nicht. Ja, okay. Bett weg. Ja, okay, bin da. Bett weg. Oh mein Gott. Ja, der hat uns auf jeden Fall zerstört. Ja, wir waren zu wenig mit in der Mitte wahrscheinlich. Aber danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.